Ein Lauf, ein Gang in etwas Unbekanntes. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Wie? Was? Warte! Den ganzen Tag, easy. 13 km, kein Problem. Jetzt sind wir bei Kilometer 18. Es geht noch mal anderthalb Kilometer. Wirklich? Ich glaube nicht mehr weit. Jetzt haben wir die Zunge gepisst. Sorry. Wir sind ein Stück weit froh. Ein Stück weit? Ha 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 ha!